Ich liebe die Wälder, ich mag die verschiedenen Orte mit ihren unterschiedlichen Dialekten und ich möchte natürlich für diese Region hier im Landtag einiges bewirken. Ich liebe die Menschen, die bodenständig sind, mit denen ich gerne rede und denen ich noch lieber zuhöre. Ich liebe auch das gute Thüringer Essen, die Bratwurst mit Semmel, die Roulade mit Rotkohl. Nicht umsonst spricht man von dem grünen Herz Deutschlands. Das sind die Berge, die Wälder, die Flüsse, die Städte und Dörfer. Wir lieben Thüringen. Thüringen ist ein wunderschönes Land. Wir haben viel Geschichte, Tradition, Kultur, sei es zum Beispiel zu benennen Johann Sebastian Bach mit seiner ersten Jugendstelle in Arnstadt als Organist oder auch Goethe Schiller in Weimar. Ich liebe meine Heimat, ich bin hier geboren, ich bin Bauer mit Herzen und ich liebe die Scholle und das, was ich darauf anbaue. Es ist die ländliche und kleinstädtische Prägung unseres Landes, die so viel Lebensqualität bietet. Das habe ich nach dem Studium zu schätzen gelernt, als ich ins Schöne zu Thüringen zurückkehrte. Ich kann sagen, dass das Leben in Thüringen bodenständig macht und geerdet hält. Das ist ein großer Wert für mich und das ist Kernmerkmal der AfD. Vielen Dank.